Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 20. März. Bei der Wiesbadener AWO kehrt weiter keine Ruhe ein und die Eltfiller SPD zieht sich aus der Bürgermeisterwahl zurück. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Die bisherige Vorstandsvorsitzende der AWO Wiesbaden, Evelyn Flugrath, hört nach nur einem Jahr auf. Aus familiären Gründen, meldet die AWO Wiesbaden. Flugrath bringe aber künftig als Beisitzerin weiter ihre Expertise bei der AWO ein. Die Mitglieder wählten als zweite stellvertretende Vorsitzende Johanna Doman-Hessenauer. Sie wird neben der bisherigen Vize Christa Enders, frühere Sozialamtsleiterin, den Vorstand führen. Die 71-Jährige freut sich auf die Arbeit bei der AWO. Von Hause aus Juristin war sie Verwaltungsrichterin und Präsidentin des Verwaltungsgerichts Gießen. Ehrenamtlich engagierte sich Doman-Hessenauer viele Jahre auch als Vorsitzende des Volksbildungswerks Klarental. Dass die AWO Wiesbaden wieder ihren Platz in der Stadtgesellschaft einnimmt, der dem Sozialverband auch zukomme, Darauf will Doman-Hessenauer hinwirken. Die Wahl der oder des künftigen ersten Vorsitzenden steht auf der Agenda der Mitgliederversammlung im September. Paukenschlag im Rheingau. Die Eltviller SPD wird keinen Bewerber in die Bürgermeisterwahl am 9. Juni schicken. Der Ortsvereinsvorstand habe die Suche nach einem Kandidaten eingestellt, teilte der Vorsitzende Thilo Mayer mit. Man habe zunächst mit einer möglichen Bewerberin und anschließend mit einem möglichen Bewerber über eine Kandidatur gesprochen. Aus beruflichen Gründen hätten beide abgesagt. Nach Angaben Mayers beschloss der Vorstand außerdem, keine Wahlempfehlung für die beiden bislang bekannten Kandidaten abzugeben. Als Kandidat der CDU bewirbt sich Amtsinhaber Patrick Kunkel um eine dritte Amtszeit. Für die Grünen geht Stadtrat Helmut Fell ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Die Frist für die Einreichung weiterer Wahlvorschläge endet in knapp zwei Wochen am Ostermontag, 1. April um Punkt 18 Uhr. Nach den schweren Ausschreitungen beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart im November 2023 hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Dienstag hessenweit in über 40 Objekten Durchsuchungen durchgeführt. 42 Beschuldigten wird zur Last gelegt, beim Spiel vergangenes Jahr vor dem Fanblock 40 des Stadions im Deutsche Bankpark gewalttätig gegen Ordnungsdienst und Polizeikräfte vorgegangen zu sein. Dabei sollen Absperrgitter, Fahnenstangen, Feuerlöscher und weitere Gegenstände eingesetzt worden sein. Die Polizei hat Stadionverbote für 36 Verdächtige angeregt und in 37 Fällen Aufenthaltsverbote verhängt. Sie betreffen den Zutritt zum Stadiongelände sowie andere in der Fußballszene relevante Örtlichkeiten. Auch in Mainz wurden 45 Wohnungen durchsucht im Zusammenhang mit Ausschreitungen zwischen Fußballfans. Auslöser der Krawalle zwischen Frankfurter Fans und Polizei war das gewalttätige Vorgehen mehrerer Fans gegen einen Ordner. Die genaue Aufklärung dauert weiter an. Die Gründer- und Unternehmenskonferenz The Founder Summit findet am 6. und 7. April unter dem Motto Dream Big zum nunmehr siebten Mal statt und bereits zum vierten Mal im Wiesbadener Rhein-Main-Kongress-Zentrum. Auf 13 Bühnen sprechen an den beiden Tagen nationale und internationale Unternehmerinnen und Unternehmer, berichten von persönlichen Erfahrungen und geben den Teilnehmern Wissen zum Nachmachen an die Hand, Strategien und Taktiken aus der Praxis in den Bereichen Online-Marketing, Sales, Start-up, Mindset, Entrepreneurship und finanzielle Freiheit werden in Vorträgen und Workshops vermittelt, um so die Karrieren der Anwesenden weiter voranzubringen. Unter den über 100 Rednerinnen und Rednern sind viele prominente Namen zu finden. Etwa Shirin David, Pamela Reif, Jochen Schweitzer, Kevin Prinz-Boateng, Philipp Plein. Ein zusätzlicher Anreiz für einen Besuch könnte das Aftershow-Konzert sein, bei dem Kul Savas dem Publikum im RMCC einheizt. Der ADAC warnt für das kommende Wochenende vor erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staus. Drei Bundesländer haben bereits seit dem vergangenen Wochenende Ferien und zum kommenden Wochenende starten neben Rheinland-Pfalz und Hessen gleich neun weitere Bundesländer in die Osterferien. Damit nicht genug, auch in einigen Nachbarstaaten wie zum Beispiel Belgien, Österreich und in einigen Kantonen der Schweiz gehen die Ferien los. Daher ist nicht nur auf deutschen Straßen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Am ersten Ferienwochenende besteht die höchste Staugefahr laut ADAC am Freitag, dem 22. März von 13 bis 19 Uhr, am Samstag, 23. März und 24. März von 8 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 20 Uhr. Zum Frühjahr werden wieder vermehrt Autobahnbaustellen eingerichtet. Aktuell sind es 11.30 und damit deutlich mehr als in den Vorwochen. Hier kann es vor allem bei starkem Verkehr länger dauern. Alle Infos und die vollständigen Artikel finden Sie auch im Internet unter www.wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de Gude Wiesbaden Gude Wiesbaden